Sie schlief noch, als Smertrios erwachte. Er war froh darüber, denn gewiss würde sie mit ins Dorf gehen wollen, wenn sie wach wäre. Der Marsch durch den Wald war zwar nicht übermäßig weit, die Übelkeit, die Kalandina nun frühmorgens plagte, würde ihn aber mühselig machen. Vorsichtig schob Smertrios sich von der fellbedeckten Lagerstatt. Kein Hauch der Morgendämmerung schimmerte durch die mit Rohhaut bedeckte Fensteröffnung, nur die schwache Glut der Feuerstelle bot ein wenig Licht. Er kannte seine Hütte in- und auswendig. Gewiss, in letzter Zeit hatte Kalandina seine Sachen umgeräumt, hatte darauf bestanden, dass die Werkzeuge unter dem großen Vordach neben der Hütte gelagert wurden, die lehmverkrusteten Schuhe draußen blieben, aber er fand sich auch im Dunkeln mühelos zurecht und schlüpfte in die wollernen Bracke und in die langärmlige Kamesia. Kalandina regte sich im Schlaf, murmelte etwas. Smertrios schob die Decke wieder über ihre Schulter, damit sie sich nicht erkältete. Sie wusste, dass er heute ins Dorf wollte. Ehe die Sonne den höchsten Stand erreichte, wäre er zurück. Gewiss. Er könnte auch später gehen, wenn Kalandina dann dazu in der Lage wäre, aber eine nagende Unruhe hielt ihn schon die halbe Nacht wach. Als er seinen Gürtel umband, klirrte das Messer leise gegen den metallernen Verschluss. Smertrios hielt inne, doch Kalandina rührte sich nicht. Seinen Umhang würde er draußen umlegen. Vorsichtig nahm er seinen Bogen und den Köcher vom Haken neben dem Eingang, bemüht, dass die Pfeile nicht gegeneinander stießen. Er öffnete die Türe nur einen Spalt und schlüpfte hinaus. Die Luft war kalt, aber es hatte keinen Frost gegeben. Der Frühling stand unleugbar bevor. Vielleicht war es nur das Erwachen der Erde, das er als Pulsieren in seinem Körper fühlte. Vielleicht sollte er wirklich warten und seine Frau mitnehmen. Doch nun war er schon auf. Er würde ihr aus dem Dorf etwas mitbringen. Im zarten Grau des Morgens packte er die drei langen Bögen zusammen, an denen er die letzten Tage gearbeitet hatte, schlang sie sich mit einem Strick über die Schulter. Er war sehr zufrieden mit seinem Werk und sicher, dass die Männer, die die Bögen bei ihm bestellt hatten, es auch wären. Er hatte ein gutes Gespür für das Holz. Es war, als würden die Bäume mit ihm sprechen. Schon als kleiner Junge, seit er das erste Mal die Männer auf der Jagd mit ihren Bögen gesehen hatte, hatte er gewusst, dass dies seine Berufung wäre. Er liebte es, den Tag mit seinen Bögen zu verbringen, das Holz unter seinen Fingern zu fühlen, die Muskeln in seinen Armen zu spüren, die Schönheit der geschwungenen Form mit seinen Augen zu liebkosen. Der Köcher war voll mit Pfeilen, seinen eigenen und jenen, die er passend zu den neun Bögen gefertigt hatte. Wenn erst die Sonne aufgegangen war, würde man die rot gefärbten Federn leuchtend sehen. Zumindest bis zum nächsten Regen war es so viel einfacher, die wertvollen Pfeile wiederzufinden, wenn man bei der Jagd daneben schoss. Ehe er die kleine Lichtung verließ, auf der seine selbstgebaute Hütte stand, pflückte er noch ein paar vertrocknete Köpfe des Pfeifengrases, zerrieb sie zwischen den Fingern und blies sie in die Luft, den Göttern zur Freude. Vielleicht konnte er unterwegs noch einen Hasen schießen. Calandina liebte frischen, gebratenen Hasen. Eines der wenigen Dinge, das sie an ihrem Leben hier im Wald schätzte. Der Duft von aufgewühlten, modrigen Laub, im feuchten Waldboden, dunkel im ersten Sonnenlicht des Tages, ein Abdruck, groß wie ein Männerfuß, mit langen Krallen. Smetrius blieb stehen. Es war noch sehr früh im Jahr, um einem Bären zu begegnen. Vorsichtig bewegte Smetrius sich weiter, die Finger fest um seinen Bogen. Die Spur war nun deutlich zu sehen, oftmals gekreuzt von einer ähnlichen, nur viel kleineren. Eine Bärin mit ihrem Jungen, frisch aus dem Winterschlaf erwacht. Er ginge wohl besser zurück, machte einen Umweg. Doch ein Gefühl von Sehnsucht trieb ihn weiter. Er hatte schon lange keinen Bären mehr im Wald gesehen. Und der Wind stand günstig. Auf einer kleinen Lichtung sah er sie. Struppig und abgemagert lag sie da, vor sich einem Dachs, den ihre starken Kiefer genüsslich in Stücke rissen. Das Bärenjunge kletterte auf ihrem Rücken herum. Sie ließ es geduldig geschehen. Smetrius fühlte Ehrfurcht. Selbst vom langen Winter gezeichnet, strahlte die Bärin Würde aus. Er lehnte sich mit der Wange an die dicke Eiche, die ihn vor den Blicken der beiden Tiere schützte. Ganz still stand er. Nur seine Finger spielten mit einem Pfeil, unsicher, ob er ihn abschießen sollte. Er müsste sie beide töten. Das Junge alleine konnte nicht überleben. Aber warum sollte er? Er hatte genug Fleisch. Und ein Bär hatte keine Sehnen, die er für seine Bögen benutzen könnte. Er würde sein Leben nicht für eine Trophäe riskieren. Und wer weiß, vielleicht hatten ihm ja die Götter die Bärin geschickt. Vielleicht war sie ein Zeichen oder eine Gottheit selbst, die sich ihm zeigte. Er würde den Druiden fragen, wenn er ihn im Dorf traf. Ein Weilchen blieb er noch stehen, riskierte, dass der Wind sich drehte und die Bärin seine Witterung aufnahm. Wieder wurde ihm bewusst, welche Ruhe ihm ein Anblick wie jener der Bärin gab. Und wie viel mehr ihm das bedeutete, als mit anderen gemeinsam Bier zu trinken und von großen Taten zu prahlen. Ja, er hatte damals die rechte Entscheidung getroffen. Vorsichtig und langsam zog er sich zurück. Ein Lächeln auf den Lippen. Es würde ein guter Tag werden, wenn er so begann. Noch ehe er auf dem breiten Pfad einbog, der zum Dorf führte, hörte er bereits den Lärm. Schreie. Schreie, die nicht den kommenden Frühling bejubelten, sondern Schreie der Todesangst. Und Schreie, die eben diese Angst hervorrufen sollten. Kriegsschreie, das Schlagen von Eisen auf Holz, das schrille Trillern berittener Krieger. Schreie, die nicht die Angst hervorrufen sollten.